Wie man einen Stop-Loss richtig setzt In diesem Video wirst du lernen, wie du einen Stop-Loss richtig setzt, und zwar mit Hilfe der folgenden Dinge. Support and Resistance, Unterstützung und Widerstand, Trendlinien, Kanäle und gleitende Durchschnitte. Außerdem erfährst du, was zeitbasierte Stop-Losses sind und wir stellen dir Trailing-Stops vor. Stop-Losses sind ein wichtiges Instrument zum Schutz deines Trading-Kontos. Die technische Analyse wird intensiv für die richtige Platzierung eines Stop-Losses genutzt und wir werden uns eine Reihe von Möglichkeiten anschauen, wie man mit der technischen Analyse ein Stop-Loss korrekt setzen kann. Eine der häufigsten Methoden ist die Verwendung von Support und Resistance Level. Support und Resistance Level können anzeigen, wo das Kaufen und Verkaufen in der Vergangenheit stattgefunden hat und sie können daher auch ein Anhaltspunkt dafür sein, wo der Kauf und Verkauf wahrscheinlich in der Zukunft stattfinden wird. Mit anderen Worten, das Resistance Level zeigt dir an, dass dies der höchste Kurs ist, den ein Asset erreicht, bevor die Trader mit dem Verkauf beginnen. Und der niedrigste Kurs ist der, den ein Asset erreicht, bevor die Trader einsteigen und mit dem Kaufen beginnen. Wenn du also zum Beispiel eine Short Position, also eine Verkaufsposition am Resistance Level eingehen willst, dann kannst du einen Stop-Loss auf der anderen Seite des Resistance Levels setzen. Du solltest deinen Stop-Loss ein klein wenig über dem Resistance Level setzen, da der Kurs kurz durchbrochen werden könnte, bevor er umkehrt. Oder vielleicht möchtest du eine Long Position, also eine Kaufposition am Support Level eröffnen, somit kannst du den Stop-Loss auf der anderen Seite dieses Support Levels platzieren. Du solltest deinen Stop-Loss ein wenig unter dem Support Level platzieren, da der Kurs kurz durchbrochen werden könnte, bevor er umkehrt. Eine weitere oft genutzte Methode zur Platzierung eines Stop-Losses ist die Nutzung von Trendlinien oder Kanälen. Sobald sich ein Kanal gebildet hat, bleibt der Kurs mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb des Kanals. Du kannst dann die obere und untere Grenze nutzen, um deinen Stop-Loss zu platzieren. Nehmen wir hier wieder das Beispiel einer Long Position, dann solltest du, wenn du am unteren Ende des Kanals einsteigst, den Stop-Loss unterhalb der unteren Trendlinie setzen. Auch hier setzt du den Stop-Loss nicht direkt an die Trendlinien-Grenze, da der Kurs kurz durchbrochen werden könnte, bevor er umkehrt. Es gibt Momente, in denen ein gleitender Durchschnitt als Support und Resistance agiert, ähnlich wie es horizontale Support und Resistance Level tun. Manchmal werden gleitende Durchschnitte für den Eintritt in den Markt verwendet. Wenn du also Long oder Short gehen willst, nachdem der Kurs einen gleitenden Durchschnitt, der als Support oder Resistance fungiert, berührt hat, kann der Stop-Loss auf der jeweils anderen Seite platziert werden. Ein nicht technisches Werkzeug, das man nutzen kann, ist der zeitbasierte Stop-Loss. Das Konzept wird dadurch bestimmt, wie lange du bereit bist, einen Trade zu halten. Dabei wird die Position nach einer vorher festgelegten Zeit geschlossen. Du kannst einen zeitbasierten Stop-Loss nutzen, um zu bestimmen, ob du den Markt verlassen solltest. Denn wenn sich der Kurs in einem bestimmten Zeitraum nicht ausreichend bewegt hat, solltest du vielleicht an das Schließen deines Trades denken, um anderswo profitablere Trades zu finden. Es ist wichtig zu beachten, dass die Regeln des Geldmanagement weiterhin gelten und dass zeitbasierte Stop-Losses in Verbindung mit einem vorher festgelegten Stop-Loss und Gewinnziel genutzt werden sollten. Trailing-Stops sind Stop-Losses, die sich zu deinen Gunsten verschieben, wenn ein Trade die Gewinnzone erreicht. Dies bedeutet, dass, wenn du Long bist und der Kurs eine bestimmte Anzahl von Pips nach oben geht, du deinen Stop nach oben verschiebst. Wenn du Short bist, dann bewegst du deinen Stop nach unten, wenn der Kurs eine bestimmte Anzahl an Pips gefallen ist. Der Vorteil eines Trailing-Stops ist, dass das Risiko des Tradens sofort reduziert wird und wenn der Trade erst einmal die Gewinnzone erreicht, dann wird der Trailing-Stop jegliche Gewinne absichern. Bisher hast du gelernt, dass Support und Resistance, Trendlinien, Kanäle und gleitende Durchschnitte aufgrund ihrer Genauigkeit häufig genutzte Möglichkeiten sind, um Stop-Losses zu platzieren. Zeitbasierte Stop-Losses davon abhängen, wie lange der Trader die Position halten wird. Du kannst einen zeitbasierten Stop-Loss nutzen, um anderswo profitablere Trades zu finden, wenn der Kurs sich nicht wesentlich in irgendeine Richtung bewegt. Außerdem hast du gelernt, dass Trailing-Stops das Risiko minimieren und Gewinne absichern, wenn der Kurs sich in Richtung des Trades bewegt.